ja guck mal, eigentlich sind wir ja voll stark ich bin stark in die Perlerose achso ich jucke nein, Doktor und da hat er schon den ersten gekascht und it's me falsch oh, hier ist jemand bei mir der hat glaube ich keinen Bock mehr, mich zu verfolgen ich glaube, der ist sofort, um mich zu verfolgen das kann auch, ey, das ist sehr gut sein einfach beides ja, das ist gesehen gesagt ich bin 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 zweimal findet er mich zweimal hintereinander krass geil, echt ich denke, hier ist das Keller auch noch geil, oder? Doppeltreif das ist eine erdrückende Präsenz ich komme dass deine Items sich schneller verbrauchen, wenn er in der Nähe ist wenn er sich mal verpissen würde ich komme wenn er sich mal verpissen würde fuck, wo ist denn der, Alter? ich hoffe, er hat jemand mit dir eine Zeit yes, soll ich nicht rein, oder? Minke Leg hä? ich denke für dich hau rein, Cousin hau rein ich hänge oh mein Gott, Alter ja, deswegen bin ich aufgefallen weil ich hänge ja, deswegen bin ich aufgefallen nein, danach, Alter schon voll am Himmel ich hab grad gar kein Skillchap bekommen aber Hauptsache, mein Ding schreit auf einmal bleib doch mal gehen ja, weil du noch geschockt bist ja, weil du noch geschockt bist nein, ich hab die Anweisung richtig befolgt ich höre ein Herzschlag, pass auf ey, ich denke einen für dich dann geh ey, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich der kommt wahrscheinlich wieder hier hin, oder? hoffentlich aber komm komm, ich geh die Gents durchrushen geh du mal Dings mein Bruder holen geh doch da wiederholen geh du doch da wiederholen, Mann ich hab hier nur einen Perk und das geliehene Zeit auf Stufe 1, Mann da da guck mal, der sagt mir nicht mal, dass jemand kommt weißt du, der lässt mich da hinlaufen voll der Pisser, oder Joe? komm wieder zurück zum Boot das macht er aber immer ja, zurück zum Boot komm, komm wieder zum Boot ich brauche mir hier die Scheiße zu geben ich brauche mir hier die Scheiße zu geben ich bin grad bei der, bei einer Kiste fuck, der kommt hier hin, bitte nicht wie du bist bei einer Kiste ich sag dir, ich mach Genrush ist er einfach bei der Küste komm Genrush mit dem Boot oh, ist der blöd, alter mit was, mit Butter mit was, mit Butter mit Legs, Alter mit Legs nein einer muss hol dir doch einfach einen Scheiße Leg äh, ist der vor ja, okay sonst werden die Clash ausreden dann ist das schon okay da, ich geh mal deinen Bro retten boah, die Scheiße ist so laut, alter nice hast du gerettet? David, hast du schon gerettet? hab ich ich geh generiert schnell heilen, schnell heilen komm okay, du kannst mitmachen ja, alter, das hängt irgendwie viel drin ich geh holen, dann heilen wir den komm komm das sind deine Waren Bros du kannst mitmachen der kümm komm, Genrush jetzt die ist an die ist an, jungs ja, ich weiß, ich geh doch dran vorbei, man die ist an hört mich anzuschreien an hey, geh dir mal einer holen, alter wir pushen hier die Gents, alter sonst kommen wir gar nicht voran ja, pushen wir die Gents nicht sonst kommt hier gar nicht voran hier ist einfach nix hä, wo sind denn diese abgewichsten Gents ich geh den holen komm, wir heilen dich ahhhh 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 ich seh einfach keinen Genker, das ist so traurig Ah, hier ist eins. Bei mir. Open your eyes. Get the board. David, was geht heute? Gar nichts. Schwarz, Eisfahrt. Nee, doch. Ich zog. Nein, nicht im Keller. Oh, fucking... Keller. Oh, nein. Hinge schon mal. Oh mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der Fett ist dahinter wohnt. Ich höre kein Herzschlag. Ihr könnt kommen. Der ist bei mir. Holt hier mal. Das ist komplett anders. Diese Information könnte sich auch nicht vorher preisgeben. Ah, der war doch gerade. Der ist bei mir im Arm. Jetzt kommt er runter. Heil mir. Ist da bei euch. Du hast Dingens, Digga. Lauf ans hoch. Digga. Ich hätte hätte noch hochlaufen müssen. With no shame. Einer muss mich heilen. 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 Ey, du bist so eine Missgeburt. Ich bin jetzt tot wegen dir. Ja, Alter, das sagst du mir auch wieder drei Minuten später. Ich sag dir euch ja Spaß. Einer muss die ist bei mir. Ey, ich schwöre Davide. Muss man dir alles sagen. Eke Kato, Davide. Ja, Alter. Ist das ein Team oder spielst du Solo, Junge? Ritt mit mir. Sag dir welcher Spaß dir ist das? Da läuft ein verletzter Spaß dir an dir vorbei. Statt zu tanken, nein, Alter. Tschüss. Das Spiel bringt sehr viel negative Energie. Ey, halt mich doch mal. Er sollte was anderes spielen. Es war in diesem Moment, Jackson wusste er. Er verletzt mich. Der kommt. Halt mich zu Ende. Halt mich zu Ende. Halt mich doch Davide, Mann. Ey, du bist so blöd. Kurz vor Schluss, Alter. Warte, wenn er weg geht... Ja, der kommt mich jetzt irreholen. Hau ab, Alter. Ich sag noch, heil mich zu Ende, Alter. Der geht weg. Und die andere, die halt noch weiter. Du bist tot, ne? Ja. Was sollst du da noch sagen, Alter? Was sollst du da noch sagen? Beide leben voll, Alter. Ja. Bist du tot? Ja. 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 Bist du tot? Ja. Bist du tot? Bist du tot wenn du im Haken bist oder nicht? Ja bin ich Gucken ob wir irgendeine Palette habt da im Boot Weil der bringt dir in den Keller Ja Super Der andere hat Jamsendung gemacht Das was wir alleine nicht schaffen Das schaffen wir dann zusammen Berühst Dazu brauchen wir keinerlei Waffen Unsere Waffen werden sich einzubauen Oh yeah Das was wir alleine nicht Ich hab extra nur gesungen damit ich ein Herz schweifen schwer Falls der kommen sollte Die andere wurde angehittet, die Arme Ist die jetzt? Kommt die weg oder nicht? Na kritisch Nääääääää Oh, die ist direkt vor mir gestorben Schade Jetzt feiner bis zum Tor gestorben Dann welche Richtung Da Meinst du der sitzt schon? Der ist tot Toll Nimmke dort Der hat eh kein nöt Nein Nein Schade, schade, schade Ja Das wäre doch eine gute Runde werdet gehen Oh, 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 oh. I might fall in love with my troubles. I can't trust you. Okay, can you really trust me?